Musik Zwiegerelben, Herben 2 Luftgewehr Deutscher Meister wird Dominik Magus von SV Kürzberg Andreas Höckmann vom Schiebe von 27 Kürtel bringt den 2. Platz Applaus 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 André Krini vom Eichelag Platz 5 Applaus 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 Platz 5 Belegt Kurschen Kurgis vom HSG München Applaus 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 Und nun Tim München vom SK Everset belegt den Platz Nummer 6 Applaus 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 Vielen Dank. Auf 1. Weltmeisterung, Anton Plaschke vom KSW-Bendisch-Gelmusik. Am vorne Platz geht es zum SG-Hubertus im DSV-Grundl zu Simon Meigen. Und Philipp Maas vom SV-Bendisch-Gelmusik, Platz Nummer 3. Platz 4 geht an den SG-Wirne zu Simon Schorff. Sebastian Preise von Eichenlach zahlt den Dorfbedingten Platz Nummer 5. Und der 6. Platz geht an den SV-Fanzberg an Michael Ehrmann. Ich muss in mein Bundesland Sachsen, alte Bundesland Sachsen. Ich muss in mein Bundesland Sachsen fahren, die Frauen bleiben ja auch noch. Weil die Kinder sagt, sie hat auf die Pause und sie hat auf die Pause. Aber bei euch kann es auch schon machen, die Jahre? Ja. Ich denke so ein bisschen, wir hatten letztes Jahr auch so viel. Wir hatten letztes Jahr auch so viel. Wir kommen zur Jugendreich-Beldschemeisterin Bad Drauz. Wir kommen zur Jugend-Alpisch. Deutsche Meisterin wird Pauli's ungerüstet. Vielen Dank.